Hallo Leute herzukommen auf den Kanal Starno Gaming und heute schwimmen wir mal wieder wie ihr hier sehen könnt eine Runde Lego Star Wars ähm nicht wundern falls ihr in den Playlisten Tab reingeht es sind ein paar Playlisten tatsächlich ähm ja sag ich mal gelöscht worden ähm jetzt hab ich gemacht ähm da ich jetzt ähm nur noch Playlisten da drin hab wo ich auch genau Videos zu machen beziehungsweise ich denke ihr wisst was ich meinen so was mir außerdem aufgefallen ist hier in dem Lego Star Wars wir haben tatsächlich irgendwie ein bisschen Mist gebaut denn ähm wir haben es praktisch von weiter hinten angefangen denn ihr seht hier das haben wir jetzt nicht gespielt das auch nicht aber das hier nehme ich 5 4 3 2 1 wir haben gar nicht von Anfang gespielt sondern mittendurch das ist eigentlich nicht so das Ding was ich machen wollte deswegen fangen wir jetzt auf jeden Fall mit 1 an ähm und beginnen bei dieser Riesenrude let's go Musik 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 So weiter geht's ich musste kurz etwas machen Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen an Bord kommen zu dürfen Bin ich noch im Weg? Oh, wie schaltet man das aus? Ich... Aber gerne Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal Ich hab da ein ganz mieses Gefühl Wir können an Bord gehen Zeit mit den Verhandlungen zu beginnen Okay, wir sollen ans Bord gehen und einfach da an Warte ich guck mal was richtig ist Begebt dich auf das Tampffschiff der Anbieter zu Anbieter zu Ja ist richtig an So Okay Gucken wir doch mal Schiffsklasse Transport Aha Keine Ahnung was das Heißen soll Schiffslänge 2,1 Meter Doppel Antriebskapsel Aha Ziel ist es eben Okay Weltraum über Nahrung Und da sind wir Wir sind Jederin Gehandlung Rede mit TC-14 Willkommen Botschafter Ich bin TC-14 Zu euren Diensten Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt Weltbotschafter Hier entlang Bitte Okay Wir sollen ihnen anscheinend folgen Ey Da ist mein Spiel doch grad Weckge... Gangen Oder da bin ich wieder Ich hab da immer noch ein ganz mieses Gefühl Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtung Obi-Wan Berichte deine Konzentration auf das hier und jetzt Wo sie hingeschafft Aber Meister Yoda sagte, dass ich dir der Zukunft bewusst sein soll Aber nicht auf Kosten des Augenblicks Sei dir der lebendigen Machtbewusst junger Paddan Wir entlang ich Botschafter Hm Okay, okay, okay Ich komm ja schon mit dir Ich musste hier nur kurz ein paar Dinge einsammeln So, weiter geht's So, ein bisschen einsammeln hier Warum kann ich nicht rennen Warum kann ich nicht rennen? Das ist scheiße Okay Jetzt kann ich nicht mehr steuern Macht es euch bitte bequem Mein Meister wird in Kürze bei euch sein Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge Die Verhandlungen werden nicht lange andauern Werden sie endlich beginnen, meint ihr? Ist es bei ihnen üblich, uns so lange warten zu lassen? Nein Ich spüre ungewöhnlich große Furcht Angesichts von etwas so Banalem wie diesem Handelsdiscuit Äh Muss das halt wirklich zusammenstehen? Ja Ah, ist klar Das klang nicht banal Dioxys Wir müssen hier weg Weg mit euch Hallo, ich will die angreifen He, ich kann hier einfach so nehmen Und bam Weg hier Ganz schnell weg Mit unseren Lichtschwertern machen wir mit dieser Panzertür kurzen Prozess Oder wir gehen uns einfach darum herum Was sollen wir tun? Ja, ich habe ja nicht geguckt, was ich machen soll Bam, 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 bam Da komme ich nicht weiter Ah So einfach geht's, okay Ich entkomme dem Kampfschiff der Handels Geil, Alter Also es war Ach, weilige Nein, nein, nein Aus Gehen sie weg Ja Ich will den nehmen Ich will den nehmen Boah Boah Geht Boah Junge Ich bin nemeni Bam Bam So Aua Aua Boah Da sind sie gerade richtig verwirrend beim Spiel Oh Ich glaube er ist kaputt So Nehmen wir kurz noch alles ein und gehen jetzt mal drauf hin So komme ich jetzt hier weiter, bitte Oh Ja Da drüben, ein Invasionsamt. Wir müssen runter auf den Planeten und gehen abrufen. Oh nein! Oh nein! Das haben wir. Okay. Kannst du uns da hinführen? Hier entlang! Kommen! Na, dann macht der. Wir untertauchen müssen, Okidode? Ah, aber ich euch warnen muss, die Kinders nicht mögen, Fremdelinge also nicht herzlichen Empfang erwarten. Oh keine Sorge, das ist nicht gerade unser Tag der herzlichen Empfänger. Laufen sie weiter. Ja, ja, lauf doch jetzt. Boah. Was? Okay, ich trinke erst mal kurz. Was? Und dann gehen wir weiter los. Das war für euch jetzt nicht ganz so laut. Oh. Riechert. Folge Jaja Wings zum Treffen mit dem Bus der Gangas. Wie wir das machen, Leute, seht ihr allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Diskursor vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort darauf joinen würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Macht meine 500 Abonnenten voll. Oder unsere. Weil eigentlich habt ihr ja letztendlich mich abonniert. Also unsere 500 Abonnenten voll. Ich würde mich sehr freuen. Da fehlen nur noch zwei Stück von. Also, Kuss geht auf jeden Fall raus an die, die mich neu abonnieren. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.